Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Rage Mode So Oh ich hab den draus nur gekriegt Ah Hihihi Jo wo renne ich denn hier lang? Kenne ich die Runde? Ich glaube schon Ich komme mir ein bisschen bekannt vor Ah Hm Ihhh von hinten Der hat mich von hinten genommen Ihhh Jaa wo rennt man hin? Aha Ich hab ihn voll erwischt Voller unbedaxt Voller in der Frette Oh ich hab mich auch erwischt Oh ich hab ihn zu Mormon Oh ich hab ihn nicht sauber geflτιgt Oh mein Gott Ich hab ihn nicht ne Ở so wie geht es aber durch der explosion gestorben habe ich den kill gekriegt habe ich nicht na dann da kommt einer lang wo sind noch welche hier immer schön drehen so macht es doch voll Spaß na dann mein Knie gestößt ich habe mich gestößt so was ist das die Achse ist bei ihnen abgeprallt die ist einfach schon bei ihnen abgeprallt wo seid ihr denn wo seid ihr denn stecken sie sich wieder hier dass die Menos. Menos. Was war mit denen gerade? War das wieder ein Hacker gewesen? Ich weiß es nicht. Der ist nur noch vorne geflutscht. Oh, der hat einen Ping gehabt. Ich suche einen Ping. Hm. Oh, meine Güte. Ich habe hier 15 Kilds neu gestorben. Das war schon mal ein bisschen besser. Aber ich sag mal, das war schon mal nur schlecht. Ich bin auf dem dritten Platz. Obwohl Platt Koki hat sich manchmal so komisch bewegt. Naja. Okay, gut. Ich hoffe euch hat die Runde gefallen. Die war mal wieder ein bisschen besser. Nicht so wie die letzte. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video dabei seid. Bis dahin, ich wünsche euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Hm. Bisschen zu schnell. Aber ihr habt es verstanden. Hoffentlich. Tschü tschü.